Irgendwie Kultur Aus Niklas Luhmann, Die Wissenschaft der Gesellschaft Von Wissen und Wissenschaft spricht man üblicherweise in einer subjektbezogenen Begrifflichkeit. Das Subjekt des Wissens ist demnach der Mensch, oder jedenfalls das Bewusstsein des Menschen, oder eventuell der Kollektiv-Singular des transzendentalen Bewusstseins des Menschen. Ganz ohne einen solchen Träger kann man sich das Wissen schwer vorstellen. Irgendwo in der Welt muss es ja vorhanden sein, zugerechnet werden, überprüft und verbessert werden können. Und selbst wenn man, philosophisch inspiriert, das Subjekt extra mundan denkt, macht es doch keine Schwierigkeiten, es an der nächsten Straßenecke aufzutreiben und zu befragen. Auch Wissen über Kriterien und Kontrollen des Wissens wird letztlich über die Vorstellung des Menschen in die Welt eingeführt. Und wenn man es nicht direkt am Menschen wahrnimmt, sondern zum Beispiel in Büchern liest, haben diese Bücher angeblich einen Autor, Kant zum Beispiel. Die folgenden Untersuchungen sind darauf angewiesen, dass wir uns von dieser Zurechnungskonvention lösen. Oder sie machen jedenfalls den Versuch, so zu verfahren, als ob dies möglich sei. Damit dies gelingt, müssen wir in einem ersten Kapitel zunächst einmal diese Konvention charakterisieren, sie in ihren Folgen skizzieren und uns auf eine theoretische Alternative einlassen. Die Zurechnung von Wissen auf etwas, was man in der Kommunikation als Mensch, Subjekt, Bewusstsein, Individuum kennzeichnet, hat enorme Konsequenzen gehabt. Schon in der griechischen Philosophie wurde die Kontroverse innerhalb dieser alltags plausiblen Konvention geführt. Wenn es zum Beispiel im Theater darum ging, ob der Mensch das Maß aller Dinge sei, so stand die Zurechnung des Wissens auf den Menschen nicht in Frage. Sondern bestritten wurde im Namen des Loggers nur, dass jeder auf seine Weise Kriterium des Urteils wahr bzw. unwahr sei. In der Tat liegt es auch nahe, Wissen bei dem zu vermuten, den man fragen kann, und dann nur noch die subjektive Beliebigkeit des Urteils zu bestreiten und an diesem Problem weiter zu arbeiten. Ebenso wenig wurde die Lokalisierung am Menschen in den späteren Kontroversen über Realismus und Nominalismus in Zweifel gezogen. Im Zuge solcher Kontroversen wurde der Mensch dann mehr und mehr Instanz seines Wissens. Er hatte gewissermaßen das Privileg, sich irren zu können und war damit auch für die Korrektur seiner Irrtümer verantwortlich. Und je mehr deutlich wurde, dass die Negativität in der Welt selbst keinen Ort hat, da nichts negativ sein kann, desto mehr war man gezwungen, das auf Irrtumsüberwindungen beruhende Wissen zwar im Menschen, aber zugleich transmundan zu verorten. Je mehr das empirische Beobachten als Wissenserwerbs- und Kontrollinstrument erkannt wurde, desto mehr wurde der Beobachter darauf verwiesen, etwas nicht-empirisches in sich selbst zu vermuten. Je mehr dies auch für die Logik selbst anzunehmen war, desto mehr musste die Welt auf ein analogisches Etwas reduziert werden. Selbst den Axiomen der Logik, etwa dem Postulat der Widerspruchsfreiheit, fehlt dann ein Realitätskorrelat. Denn wenn man beweisen wollte, dass die Welt selbst widerspruchsvoll bzw. widerspruchsfrei existiert, müsste die Beweisführung eben dieses Axiom bereits verwenden. Dass der Mensch schließlich als Subjekt seines Wissens angesetzt wurde, kann man als eine Residualisierung der Trägerschaft begreifen, als eine Art transitorische Semantik, die trotz zunehmendem Bewusstseins, der Völkervielfalt, der Sitten, der Glaubensunterschiede und der Individualität der Menschen noch an der Zurechnung auf den Menschen festhalten will, aber eben diese Zurechnung nicht mehr empirisch, sondern nur noch in sich selbst verorten kann. Angesichts der immensen Komplexität, Detailliertheit und raschen Variabilität wissenschaftlichen Wissens wird dieses Subjekt doch zur Chimäre. Oder, wie bei Husserl, zum Rebell, der erklären lässt, seine konkret lebensweltlichen Erfahrungen, seine originäre Sinnstiftung würde von der Wissenschaft nicht hinreichend berücksichtigt. Wenn dann noch das Subjekt die wissenschaftliche Empirie ablehnt, weil sie nur in Begriffen möglich ist, liegt es nahe auf die Unterscheidung von empirisch und transzendental ganz zu verzichten.